Das heißt, ich glaube, das ist Deutschland exklusiv, die Waffen. Und eine davon ist einmal eben das Messer, was wir vorhin gesehen haben, und die... Ich habe das, die Aave. Und dann noch die Scout und... Und die MP5. Und dieser Krieg oder wie auch immer sie heißt. Das war's. Ja. Aber schon eine gute Aktion. Ja, finde ich nicht schlecht. Dafür, dass wir uns das jetzt zensiert da antun müssen. Ja. Wobei ich das gar nicht so schlimm finde, weil... Theoretisch... Ich sag mal so, die Zensur stört mich erstens mal nicht wirklich. Und zweitens ist es sogar besser, weil du... Da die ja direkt verschwinden, gerade auch Tanks und so weiter, normalerweise verbrauchst du zu viel Mana... Ähm... Mana... Zu viel Ammo, natürlich, meine ich, weißt du? Ja, das stimmt. Wenn er eben noch so die Sterbe an ihm jetzt hin hat, und du weißt nicht, ist er jetzt down oder nicht. Und ich glaube, wenn er dann eben... Wenn er dann eben direkt verschwindet, ähm... Ersparsst du dir dann mit Ammo. Ja. Und von der Leistung ist es auch eigentlich besser. Mhm. Aber... Ist trotzdem scheiße. Ja. Ja, ich... Es geht. Ich finde es eigentlich... Ich finde es unnötig, einfach nur. Ja, eben. Als ob man... Also ich meine, als ob man das nicht von der Realität unterscheiden kann. Ich weiß nicht, dass es in der Realität keine Jockeys gibt. Dass du nicht solche, die hier im Game zu nennen müsst. Ja, Zombies sehe ich jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich aufstehe und in den Spiegel gucke. Ich glaube auch, dass Menschen, wenn sie sterben, einfach hart drücken können, um zu respawnen. Ja, das ist so ein kleines Problem jetzt halt, ne? Die kommt schon nach oben, ey. Okay, nicht mehr. Ähm... Hast du... Nevermind. Nee, die geht auf mich. Nee. Die ist erschüttert in ihren Grundfesten. Ach, da ist sie. Oh ja, und genau, was sagen wir, die... Ich weiß nicht, ob es... Nein! Oh! Genau das wollte ich gerade sagen. Die meisten Special Infected sind mit der Awe hier auch One-Hit. Und die Penetration von der Waffe ist so unglaublich. Also wenn drei in einer Reihe stehen, Zombies kommen Infected. Die gehen eigentlich... In der Regel gehen die alle down sofort. Stimmt, wie gesagt. Am Anfang habe ich es ein Netgemaßt, aber mittlerweile... Ja, weil man denkt, die lädt halt zu langsam nach, ne? Ich bin down übrigens. Nicht. Aargh! Mein Gott! Das war aber auch gerade am ungünstiger Zeitpunkt, dass die alle spawnen. Fuck off! Äh! Irgendwas war da. Ich habe nur noch einen Arm gesehen, als ich einen gestossen habe. Ich habe einen Molo. Und don't waste this fight. Ja. Thank you. Oh yeah, that's what I'm talking about. Oh yeah, der vor mir hat auch das Messer. Hm. Könnte auch sein, dass er... Dass er eventuell aus deutschen Landen kommt. Oder... Ja, der kommen alle aus Deutschland. Oder in dem Sinne aus deutschen... Aus deutschen Länden. Ja, der Sandmann ist, glaube ich, aus Deutschland. Das ist ein Wom-Noski. Ist das sogar der? Ja gut, der auch, ja. Ja gut, der auch, ja. Ah! Charger braucht mit sich ein bisschen mehr. Ich liebe die International Sniper mit der Magnum gemischt. So meine Lieblings-Waffen-Mapped-Match-Up. Wombo-Combo. Ja, yes. Nice. Nice. Peels. Ah, hier ist sogar noch mehr Almo drin. Perfekt. Oh, lag. Bei dem Private Property, was ich gerade gelesen habe, ist mir auch was eingefallen neulich. Oh, von wegen Skyrim. Ich finde es so geil, dass du eigentlich tagsüber ohne Probleme in die Häuser von anderen Leuten rein kannst. Nur nachts, da sind sie abgeschlossen, weißt du, weil da ist es ja unhöflich, da reinzugehen. Aber tagsüber kannst du rein spazieren, wie du willst. Ich finde es nicht schlecht, vor allem, dass dir auch nichts sagen, wenn da mal irgendwie ein Fremder reinkommt. Stimmt. Aber die Schlösser sind ja kein Problem, wirklich. Naja, allerdings. Fahre mich mit dem Skeleton Key. Ja, den hab ich nicht mehr. Achso, hast du die Quest gemacht, oder was? Ja, ja, klar. Bekommt man eigentlich irgendwas dann? Du bist der Boss von der Bande. Ah ja, aber ich meine, ob man da auch was kriegt? Du kannst da einfach alles aus der Bande nehmen, wenn das interessiert keinen. Du kriegst die linken Auge der Fall mal wieder, die jeweils irgendwie 2,5k wert sind oder so. Hast du noch Bock auf Eintopf übrigens? Nein, mach mal das. Ja, 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 wenn man hier ein bisschen wartet. Und jetzt. Nein. Jetzt. Nee, jetzt. Nein. Doch. Ah, doch. Äh, irgendwie nicht, nee. Musst du ihn lücken. Ah, jetzt. Lücken auch so. Will natürlich pausiert dann, aber deswegen... Yes. Das Wäldeblech wird wieder rausgeholt hier. Ich versuche mal zu dir rüber zu kommen. Easy. Ich hab zurückkommen, aber nicht mehr, oder? Nee, nee, einfach wieder runtergehen halt. Die Wave vorbei ist. Na. Na doch, der Rückschluss ist doch gar nicht mal so geil irgendwie bei der Waffe, wie ich gerade. Ah, oder mit dem Motto, mit dem Motto, mit dem Motto, mit dem Motto, ja. Nee, nee, mit der... Na, mit der Cold. Scheiße. Achso. Ich finde das Nachladen und das Waffle Chain hier einfach so geil. Naja, so stimmt. Na, yes. Drecks Charger, ey, gebe ich dir recht. Hätten sie direkt rauslassen können aus dem Game. Wir müssen aber kein Left for the 2 rausbringen. Okay, für den Chucky, aber der ist auch scheiße. Chucky und Splitter. Okay, Splitter sind geil. Splitter sind okay, ja. Vor allem, wenn man es selber spielt. Yes. Boah, wie lang ist denn die Wave? Müsste vorbei sein jetzt, glaube ich. Ja. So langsam zumindest. Es äfft langsam ab. Oder auch nicht. Können wir noch welche. Boah, ich hab voll gemisst, aber trotzdem getroffen. Auch nicht schlecht. Gute Streuung auch. Jetzt aber. Ja. Halt, Chucky. Noch nicht zu früh, Freund. Ich hab mir noch eine Witch. Ist ja fast wie Hard Rain hier, ey. Wo ist eine Witch? Keine Ahnung, aber irgendwo vorne wahrscheinlich. Dann nehme ich die Motorräsege mit. Die Mutterräsege. Ich glaube immer noch dran, dass ich es irgendwann schaffe. Ist ja, ne. Ja, da ist er. Da, ich hab's ja. So nervig das Vieh. Oh ne, von hinten sollte ich eher hingehen. Mal sagen, wenn du das nicht schaffst, dann bist du auf dich allein gestellt. Dann hast du ein kleines Problem, glaube ich. Ja, das schaff ich auch nicht. Boah, ich hab noch einen D-Fit. Ich hab's ja nicht aufgeschreckt, glaub mir. Anscheinend schon. Scheiße. Ja, das ist nicht schlecht jetzt. Ist noch einer da. Oh, was? Ja. Ja, ja, das ist ein Later-Satz. Alles geplant hier. Mann, warum ging das bei Dingen so einfach und hier ist so scheiße? Muss denn das halt hier? Der eine hat auf jeden Fall recht, ne. Ich dachte, das habe ich nicht gesehen. Frage ist nur, woher? Ja. Normalerweise tippt man ja sowas in den Chat, aber... Heute nicht. Löwenzahn. Heute schreiben wir mal nicht in den Chat. Smoker, 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 Splitter, Boomer, Alter, Verwalter. Tank, bitch. Warte mal. Bitteschön. Komm rein hier. Gleiche, wenn wir uns später freuen. Nein. Ich glaube, das. Nein. Das war ich gekickt. Das lief gar nicht gut. Doch. Okay, das könnte... Das ist natürlich gefeatured wieder. Das auch. Aber immerhin. Ach so, das ist auch schon... Finale? Yep. Oh, 13. Nicht schlecht. Bazzant, Mann, ey. 10 ist aber besser. Das ist menschlicher. Das ist das Problem, ich pick, ey. Bei Nuttrick. Ich bin nicht Rick. Mein Name ist nicht Rick. Ist das die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Patrick.